Hallo und herzlich willkommen, ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Ich habe mir heute Morgen schon überlegt, setze ich im Video schon die Mütze auf als Zeichen, dass es nächste Woche kälter wird. Aber ich habe gedacht, die Mütze spare ich mir lieber auf, wenn es wirklich sicher ist, dass auch mal richtig ein frühwinterlicher Einbruch kommt sozusagen. Mit Schnee auch bis in tiefe Lagen. Mal schauen, ob es in den nächsten Videos für die Mütze reichen wird. Wir blicken wie gesagt heute natürlich in die Mittelfrist rein, in die nächste Woche. Lars hatte vor allem so bis Sonntag schon mal genauer gemacht. Es sind ja jetzt wieder neue Wettermodelle da, deswegen mal der Blick so in die Mittelfrist in diesem Video. Wir blicken zunächst auf den Montag. Wir hatten gesehen bei Lars heute Morgen im Video, dass die Kaltfront am Sonntag uns überqueren wird, nach Deutschland reinkommt. Rückseitig setzt sich wieder so ein Ableger des Atlantikhochs Richtung Deutschland durch. Das heißt, letzte Niederschläge ziehen sich nach Südosten zurück. Ja und dann ist Kaltluft bei uns eingeflossen. Wir sehen aber auch schon am Rande dieses Hochablegers, da macht sich schon wieder etwas mildere, vor allem aber auch feuchtere Nordseebrühe auf dem Weg, die dann so Richtung Norddeutschland, vor allem so Richtung Dienstag und Mittwoch drücken wird. Mittwoch ist dann auch schon wieder der Knackpunkt und da sind wir schon wieder ja so bei sechs Tagen etwa und wir sehen, dass die Wettermodelle unterschiedlich sind. Das ECMWF hat immer noch, ihr erinnert euch an die vergangenen Videos von mir, so eine schwache Hochdruckbrücke, die noch dagegen hält, über Deutschland, vor allem über Süddeutschland liegen. Die lässt es noch nicht zu, dass so richtig die Tiefs am Rande des kräftigen Atlantikhochs von Norden her durchpreschen zu uns und die Kaltluft, der Weg frei wird für die Kaltluft aus dem Norden. Das GFS-Wettermodell ist da ein bisschen anders, denn wir sehen, da ist diese Hochdruckbrücke nicht mehr vorhanden. Die Schwachstelle mit dem Tiefdruckgebiet Richtung Mittelmeer, Richtung Italien wird genutzt und der Weg wird schon eher frei für kältere Luft aus Norden dann und vor allem eben auch für mehr Tiefdruckeinfluss. Wir können also schon jetzt festhalten, dass so der Knackpunkt vor allem so schon am Mittwoch und dann am Donnerstag sein wird, wie sich die Wetterlage im weiteren Verlauf entwickelt. Dazu kommen wir aber gleich, blicken wir zunächst mal auf einen ersten Vorhersagetrend so für die erste Wochenhälfte, Montag bis Mittwoch. Und auch da seht ihr schon, es wird wieder deutlich kälter werden, am Wochenende kommt ja vorübergehend mildere Luft etwas rein und dann sehen wir, dass es vor allem in den Nächten mal wieder frostig werden kann und vor allem auch dort, wo es bisher eben nicht so häufig für Frost gereicht hat oder sogar noch gar nicht, nämlich auch im Westen Deutschlands und auch im Osten Deutschlands. Wir sehen, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es nachts auch mal klar ist, dass der Himmel klar ist und es dann frostig wird. Die Tageshöchstwerte liegen meistens eben im deutlich einstelligen Bereich nur noch, durchaus nur so bei 4 bis 6 Grad und dann sehen wir, dass vor allem so dann ab Dienstag wieder im Norden diese Nordseebrühe reinkommt, schiebt sich rein. Das heißt hier eher wieder dann hochnebelartige Bewölkung, teilweise etwas Nieselregen und hier wird es natürlich dann auch keinen Nachtfrost mehr geben. Im Großen und Ganzen sehen wir auch, Niederschlag ist erstmal wohl kein großes Thema, außer dass etwas Sprühregen im Norden dabei sein kann. Montag allerdings noch mit der abziehenden Kaltfront, vor allem Richtung Erzgebirge und Alpen, mal noch etwas Regen bzw. in höheren Lagen Schnee. Ja, ihr seht also, bis Mittwoch tut sich in Sachen Wintereinbruch nicht allzu viel, vor allem in Sachen Schnee, wobei es schon dann eben morgens, wenn es frostig ist, so einen kleinen winterlichen Eindruck geben kann. Durchaus eben mal reif, es ist frostig. Ja, das ist ja schon mal ein bisschen Frühwinter, der uns dann wohl in der ersten Wochenhälfte bevorsteht. Deutlich spannender wird es dann, ja wie so oft, in der erweiterten Mittelfrist, wenn wir eben jetzt so Richtung 7, 8, 9 Tage gehen. Und ihr seht auch schon, dass in Sachen Großschnee, Wintereinbruch, das wird schon wieder ein bisschen nach hinten geschoben bzw. aufgeschoben. Es sollte ja schon ja auch, ihr erinnert euch auch an vergangene Meldungen, die ich ja auch immer mal wieder ein bisschen kritisiert hatte, dass ja schon ab dem Wochenende der große Kälteeinbruch, Polarpeitschen, Schneebomben, was weiß ich nicht alles kommen sollte. Ja, das ist erstmal nicht der Fall. Und wenn wir jetzt in den Bereich kommen, der eben so in 7, 8 Tage ist, da sage ich natürlich immer, vorsichtig ist die Mutter der Wettermodellkiste. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen Spekulationsbereich. Es deutet sich aber so ein grober Trend an, den wir jetzt mal ein bisschen erläutern wollen. Wir sehen zunächst mal für den Freitag, was tut sich. Und zwar sehen wir hier nach dem ECMWF-Wettermodell ein kräftiges Tief, sogar ein Sturmtief, was sich hier so im Bereich der britischen Insel Nordatlantik entwickelt. Ja, und das würde eben weiterhin eher wieder zunächst verhindern, dass eben deutlich kalte Luft, deutlich kältere Luft aus Norden zu uns durchbrechen wird. Denn so ein Tiefdruckgebiet hat auch immer so ein bisschen eine Vorderseite, wo durchaus vorübergehend nochmal ein bisschen, ich sag mal, mildere Luft oder zumindest nicht hochwinterliche Luftmassen zu uns kommen, sondern vorderseitig nochmal eben doch deutliche Plusgrade Reinsuppen zu uns. Aber das ist eben schon mal eine interessante Konstellation. Und wir sehen nach dem GFS-Wettermodell, da ist die Lage so ein bisschen ähnlich mit diesem kräftigen Tief, mit diesem Sturmtief Richtung britische Inseln, Richtung Schottland. Aber das GFS hat auch den Tiefdruckeinfluss eben dann Richtung Skandinavien bzw. das ECMWF-Wettermodell. Das ist die Frage, was tut sich hier Richtung Skandinavien, was tut sich Skandinavien Richtung Mitteleuropa? Prescht das Tief eben durch und auf der Rückseite kommt die Kaltluft. Ihr seht, es sind eben noch ein paar Unterschiede vorhanden, aber es deutet sich da eben in der zweiten Wochenhälfte an, dass die Wetterlage sich dahingehend umstellt, dass wir zunehmend unter Tiefdruckeinfluss gelangen. Und das eben auch im Bereich insgesamt recht kühler, zumindest polarer Meereskaltluft, dass besonders in den höheren Lagen zunächst mal im Bereich der Mittelgebirge, auch wenn häufig Fragen kommen, wir brauchen nicht auf 100 Meter über Schneefallgrenzen in diesem Bereich, in diesem Zeitraum diskutieren, dass zumindest mal in höheren Lagen dann durchaus Schnee dabei sein kann, die Chancen steigen. Es ist insgesamt wohl Tiefdruck geprägter in der zweiten Wochenhälfte. Was kann sich daraus dann entwickeln? Und da ist das ECMWF-Wettermodell heute mit dem Morgenlauf des GFS-Wettermodells relativ einig, wenn auch im Detail natürlich, wie so oft Unterschiede vorhanden sind, dass sich, wir blicken auf die Höhenwetterkarte jetzt, dann zum übernächsten Wochenende eine Druckwetterlage einstellen wird. Wir sehen diese große, kräftige Tiefdruckzone angefüllt mit Polarluft, die eben sich dann ausbreitet Richtung Mitteleuropa. Das sehen Sie mit einigen Unterschieden doch beide Wettermodelle recht ähnlich. Das würde eben unbeständiges Wetter bedeuten. Im Bereich Polarluft, dass es eben durchaus mal Schneeoptionen, Schneeschauer bis in tiefe Lagen geben kann und vor allem in höheren Lagen sich auch eine frühwinterliche Wetterlage einstellen kann. Darauf deuten eben beide Wettermodelle jetzt heute hin. Man muss aber auch sagen, dass so eine Trogwetterlage zwar durchaus Schneeoptionen, Schneeüberraschungen auch mal in tiefen Lagen bringen kann. Häufig sind diese Wetterlagen so eine Troglage, aber überwiegend nass-kalt in tiefen Lagen. Das heißt, selbst wenn es mal Schnee und Graupelschauer gibt, so richtig liegen bleiben, bleibt das dann auch nicht nachhaltig, der Schnee. Und vor allem wird es auch eben kein Dauerfrost in tiefen Lagen geben. Das heißt, tagsüber frostig bei so einer Großwetterlage. Also eher nass-kalt in tiefen Lagen, ganz speziell im großen norddeutschen Tiefland. Ich will euch dazu noch zwei Karten zeigen aus dem ECMWF. Wie ordnen wir das ein bezüglich möglichen Wintereinbruch oder Frühwintereinbruch, wie auch immer man es nennen will. Wir sehen zunächst mal für den Donnerstagmorgen die Wahrscheinlichkeit in Prozent für eine Schneehöhe über 2 cm. Was sehen wir für den Donnerstagmorgen? Ich sag's nochmal, da sind wir jetzt schon wieder. Wir haben heute Donnerstag bei Tag 7 und da tut sich erstmal nicht wirklich was. Wahrscheinlichkeit leicht erhöht, logisch, Richtung Alpen auch mal Richtung Erzgebirge. Aber ansonsten brauchen wir da über Schnee erstmal gar nicht diskutieren. Nochmal, das ist schon Tag 7. Wenn wir dann eben jetzt weitergehen, wir hatten gesehen, diese Trogwetterlage deutet sich an mit durchaus Schnee, vor allem in den Mittelgebirgen. Und wenn wir jetzt Richtung Ende November dann mal schauen, allerhöchster Spekulationsbereich. Ja, da sind durchaus Signale drin, dass es vor allem eben mal für eine dünne Schneedecke reichen kann. Und logischerweise seht ihr hier die größten Wahrscheinlichkeiten mit mal teilweise 40, 50 Prozent oder mehr für eine Schneedecke über 2 cm. Die sind natürlich vor allem im Bereich der Mittelgebirge und logischerweise in den Alpen vorhanden. Und auch natürlich nach Süddeutschland etwas erhöhter. Da haben wir ja sowieso viele etwas höhere Lagen und vor allem so im Nordwesten, das deutet auch eher häufig auf nordwestliche Strömung hin. Da sind die Wahrscheinlichkeiten, was auch nicht verwunderlich ist, eher so am geringsten. Das heißt eben vor allem so Niederrhein Richtung Nordsee hoch, da haben wir nur sehr geringe Wahrscheinlichkeiten. Aber ihr seht schon, das ist schon ein kleiner Hinweis, dass uns durchaus eben mal so winterliche Eskapaden, winterliche Einbrüche bevorstehen können. Denn wie gesagt, nochmal, das ist logischerweise Spekulationsbereich. Ich will euch den ganzen Ablauf nochmal kurz zeigen an Ensembles hier. Ich habe Kassel herausgesucht, so im Großen und Ganzen, so ein bisschen die Mitte Deutschlands. Wir sehen den Ablauf eben für die nächste Woche so im Großen und Ganzen ganz gut. Es kommt die erste Kaltfront. Ich habe euch wieder eingezeichnet die 10 Grad Marke, die 0 Grad Marke. Jede Linie ist eine verschiedene Lösung. Wir sehen, dass eben am Sonntag, auf Montag die erste Kaltfront kommt. Und bringt eben so eine leichte Abkühlung dann schon mal von den etwas milderen Werten am Wochenende. Dann zappelt es schon wieder so Richtung Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ein bisschen, dass hier eben diese Nordseebrühe hereinsuppen kann. Es gibt sogar Lösungen, die gehen sogar teilweise schon wieder so knapp an die 10 Grad ran. Die Unsicherheiten sind da ziemlich groß, wie weit diese Nordseebrühe Richtung Landesmitte und in den Süden vorankommen wird. Dann sehen wir eben, dass tendenziell schon ein Abwärtstrend in der zweiten Wochenhälfte und zum übernächsten Wochenende erkennbar ist. Die Temperaturen meistens nur noch etwas über 0 Grad, maximal so um die 5 Grad plus. Aber ihr seht auch kein eindeutiger Hinweis auf Dauerfrost und großes Winterwetter. Ja, es ist natürlich auch Ende November. Das wäre ja vielleicht auch noch ein bisschen früh. Aber wir sehen hier, ich habe es dran geschrieben, dass dort eben die nasskalte Trogwetterlage kommen kann. Mit Schneeoptionen, Schneeschauern auch mal bis runter. Dann ganz zum Ende des Trends Richtung Ende November seht ihr auch noch, ist hier noch drauf. Da gehen die Lösungen logischerweise die Linien deutlich auseinander. Das ist einfach doch ziemlich spekulativ. Ja, das war es erstmal grob zusammengefasst. Ich habe wieder viel, viel, viel erzählt. Gibt ja auch viel zu erzählen. Morgen, wie gesagt, von uns hier auf dem Kanal die nächsten Updates. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dann und ciao. Ciao.